Hier unten rechts das runde Ding, die Wiedergabegeschwindigkeit. Hier unten rechts schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Ja, Kontakt, Corona, Abstand halten. Schauen wir mal hier. Ja, gestern, also erste Information an Sie. Die in der Playlist auf dem Sender News und Talks für, egal wie die sich auch immer umbenennen, also vier Worte bei YouTube, News und Talks für. Da finden Sie immer in der Playlist mit der höchsten Nummer und an dem Ende der jeweiligen Playlist finden Sie immer das allerneueste Fernsehprogramm, also das neueste quasi. Dieser Sender ist eine eigene Mediathek mit Sendungen aus allen Bereichen des Internetfernsehens, Best-of-Internetfernsehen sozusagen. Und da finden Sie zum Beispiel eine Sendung, über die man nachdenken kann, zum Beispiel, dass angeblich die Leistungsträger alle rausgingen aus Deutschland. Dass wir also circa, wir haben ja jeden Tag 2.700 ganz normale Tote in Deutschland sozusagen. Und dass auch in dieser Größenordnung, also auch wieder noch mal mindestens 2.700, angeblich an leistungsfähigen Leuten Deutschland verlassen. Und dann stellen Sie natürlich die Frage, ob die, die zu uns kommen, immer die gleiche Leistungsfähigkeit haben, wie die, die uns verlassen. Denn wenn die geringer sein sollte, dann wird Deutschland sterben. Und zwar sterben an mangelnder Leistungsfähigkeit, so wie das Römische Reich an mangelnder Leistungsfähigkeit gestorben ist, weil eben diese Formel eben unwahr ist. Einer der größten vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten ist, nämlich dass alle Menschen Genies seien, alle Menschen gleich große Gehirne hätten, alle gleich klug wären und dass also sozusagen, ja, also dass alle gleich wären. Und das sollte man mal unserer Urgroßmutter vor 4 Millionen Jahren erzählen, ja, die noch ein Halbliter Gehirn hatte. Heute haben wir im Durchschnitt 1350 Kubikzentimeter, also 1,35 Liter Hubraum, damals 0,5 Liter Hubraum, gerade mal 4 hat 500 und das soll man mal dieser Urgroßmutter erzählen, dass die Gehirngröße keine Rolle spielt. Die würde viele geistige Operationen überhaupt nicht vollziehen können und da würde man sofort merken, dass die einfach dumm ist, ne, und verglichen mit 1350 Millilitern 1,35 Liter Hubraum, ne. Und also das heißt, alle Menschen sind in Wirklichkeit von der Gehirngröße her unterschiedlich, von der Intelligenz her unterschiedlich, von dem Leistungsfähigkeitspotenzial her unterschiedlich und es spielt die entscheidende Rolle, ob Deutschland oder Europa stirbt oder nicht, entscheidet sich an der Frage, wie groß sind die Gehirne in Deutschland im Durchschnitt, ne, Schluck Wasser. So, und dann haben wir hier, ja, gestern haben wir ja dann festgestellt, dass also im Moment ja offensichtlich fünf neue, ja, vermutlich sind es ja ungefähr fünf neue Volksparteien, die gerade entstehen, zu versuchen zu entstehen, ja, die also quasi das ganze Lager der kleinen Parteien sozusagen zu einer neuen Volkspartei vereinen möchten oder sollten, ja, jedenfalls. Und ja, jetzt haben wir festgestellt, dass also die Eva Rosen wohl zur Partei wir 2020 mit dem Ende.eu gehört und dass wir jetzt ja sieben Stunden geredet haben mit Partei wir 2020, ich glaube, minus Partei.de und so weiter, bei deren die externen Berater bis jetzt deutlich, vielleicht sogar eine zu große Linkslastigkeit der eine oder andere aufweist, wir sind ja eher die bodenständige, vernünftige, realistische Linke, naturwissenschaftliche, evolutionsbiologische Linke als externe Politikberater. Und wir empfehlen auch der Partei dringend, der neuen Volkspartei, dringend sich als Koalitionspartner für die CDU, als Ersatz für die Grünen, die SPD und die FDP zu verstehen und da 20 Prozent anzuvisieren und eben deswegen sich auch ganz klar zu depositionieren als die neue Volkspartei der Mitte mit einer Prise Linkslastigkeit. Denn unsere, also unsere Reform, die der externen Berater Next Scientists for Future, abgekürzt, kurz NEES, ja, die Reformen der NEES sind also quasi extrem sozial. Ich erinnere nur an den gestrigen Talk mit dem Landesverband der Partei, Orga-Team der Partei wir 2020, Orga-Team heißt das, glaube ich, korrekt, wo wir jetzt mittlerweile schon sieben Stunden in Gesprächen, Programmgesprächen sind, dass wir gesprochen haben, wie unsere Professoren, die Professoren der NEES und des Weltrates, sozusagen null Arbeitslosigkeit erzeugen können, null Obdachlosigkeit, sehr nah dem Ideal der Nullkriminalität kommen können und, 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 und. Also lauter sozial und dem entgegen stehen sozusagen die vorteilbringenden Irrtümer, an die die ganzen Sozialstaaten-Sparten glauben, die aber im Resultat eine riesige Parallelgesellschaft der ausgegrenzten, abgehängten, drei Millionen Arbeitslose, Massen an Obdachlosen und anderen Notlagen letztendlich zementiert haben mit ihren vorteilbringenden Irrtümern und sich so ihren Kundenstamm erhalten haben und dann ganz gut Karrieren machen durch das Vorhandensein dieser parallel, riesigen Parallelgesellschaft der Abgehängten, der Verwahrlosten, der Ausgegrenzten, derer, die auf dem Abstellgleis stehen und so weiter. Und das wollen wir natürlich ändern, weil wir für extrem soziale, echte, realistische, vernünftige, bodenständige, linke Politik stehen und das empfehlen wir auch dringend dieser Partei. Denn was wir haben, ist kein Sozialstaat, sondern ein durch vorteilbringende Irrtümer der sozial sparten ausgehüllter Pseudo-Sozialstaat. Ja, und deswegen auch der zweite Slogan, den wir empfehlen, wir, also die Partei wir 2020 oder wer das dann am Ende ist. Also wir sind ja bereit, jede, also wir halten es für sinnvoll, dass am Ende nur eine einzige Partei Antritt zur Bundestagswahr und dass die mit vielen Experten immer wieder diskutiert und wir als externe Politikberater und externe, echte Experten, der Weltrat, die NEES, die Next Scientist for Future, NEES, also abgekürzt NEES, wir, Slogan, unser Vorschlag, zweiter Slogan, wir 2020 also verbessern die Politik der Grünen, der SPD und von CDU, FDP. Keine Spur von der Linken, der Werteunion und der AfD. Punkt. Ja, also da ist, mit denen darf man, mit Werteunion, Abwerteunion, darf man mit den Leuten gar nicht reden. Das ist nun mal in Deutschland Gesetz. Mit Leuten, die in Verdacht stehen, dass sie vielleicht irgendwie wieder nationalsozialistische Tendenzen auch nur entwickeln könnten, darf man in Deutschland nicht reden. Das ist die besondere historische Situation und das sollte man akzeptieren. Ja, wir müssen auch mit dieser Partei die AfD verdrängen, denn alles, was an der AED Nazi ist und rechts ist oder rechtsradikal vielleicht sogar ist, das lehnen wir rundweg ab als bodenständige Linke. Aber alles, die wenigen Wahrheiten, die die AfD manchmal sagt, manchmal ausnahmsweise sagt, das können wir besser. Also kein Mensch braucht die AfD mehr. Die kann jetzt bei der Bundestagswahl verschwinden und abgewählt werden. Die braucht kein Mensch. Ja, so, dann lesen wir doch mal hier weiter. Und, ja, sozusagen, heute die Slogans nochmal. Und jetzt schauen wir mal weiter mit dem Tagesbild. Und gehen jetzt mal hier, äh, wapp, 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 dass ich mache immer den gleichen Fehler hier. Ja, so, dann lassen wir doch mal die Maus jetzt hier bitte schön stehen. Also, was macht unser Sozialprogramm? Also, wie gesagt, die Partei 2020, die neue entstehende Volkspartei, sollte sich also von vielen Experten beraten lassen. Wir wollen ja nicht den Fehler machen, nur Trosten, Bieler und Lauterbach zu hören, sondern auch Bakti, Wodak und Schiffmann, ja, und so weiter. Und Homburg, ja, ja, auf jeden Fall, ähm, unser Sozialprogramm bringt sehr viel weniger Krankheiten, sehr viel weniger Süchte, sehr viel weniger Übergewicht, sehr, äh, weniger Selbstmorde, weniger Einsamkeit und so weiter. Und das bringt uns nie wieder Schweinegrippe und nie wieder Corona, ja. Also, es bringt uns sehr viel besseres Bildung. Es bringt uns die Rechtsschutzversicherung für alle, wodurch der Anwalt an unserer Rechtssicherheit interessiert ist und nicht an einem möglichst großen Geschäft mit uns, sozusagen, ja. Äh, äh, unser Sozialprogramm bringt uns viel mehr Sicherheit. Es bringt uns ein jährliches Wirtschaftswunder, dauerhaft von 0,5 Billionen, das sind 500 Milliarden jährlich. Es bringt uns, äh, keine, äh, das sorgt dafür, dass es keine Verteuerungstricks mehr durch Reparaturfirmen und, äh, ähm, sozusagen, äh, gibt oder durch, äh, also unsere Handwerksreform sorgt dafür, kombiniert mit Versicherungen und Schadensersatzmodellen, sorgt dafür, dass jeder, der zum Beispiel ein Dach erstellt, auch dafür haftet, dass es dicht bleibt, die versprochenen 30 Jahre zum Beispiel, ja. Und wenn nicht, haftet er mit Schadensersatz und die Versicherung, äh, begleicht die Schäden und so weiter. Wir kaufen also eigentlich im Idealfall bei der Versicherung 30 Jahre dichtes Dach. Lassen Sie uns doch auch eine Waschmaschine, lassen Sie uns doch 10 Jahre funktionierende Waschmaschine von einer Versicherung kaufen, ne. Und dann haben wir nämlich nie wieder Ärger damit und können auch nicht von Handwerkern abgezockt werden, die uns erzählen, die ganze Waschmaschine sei kaputt und die Reparatur würde 500 Euro Dauer kosten, äh, obwohl in Wirklichkeit nur eine 10 Cent, äh, äh, Sicherung ausgetauscht werden müsste, damit die Waschmaschine wieder läuft. Also, Sie verstehen, unsere, unsere Reformen sind Verbraucherschutz vom Feinsten, hochsoziale Reformen, die uns allen gut tun, allen Menschen gut tun, egal ob arm oder reich, ne. Dann die Steuerfreibeträge für Mütter und so weiter, die vorgezogene Mütterrente, die Bildungsreform und so weiter. Alles führt dazu, dass wir wieder, dass unsere Karrierefrauen wieder das eine oder andere Kind bekommen, sodass wir wieder, äh, sozusagen auch wieder größere Gehirne in Deutschland bekommen und deswegen dann hoffentlich nicht das Schicksal des Römischen Reiches mit seiner Dekadenz erleiden. Wir sind im Moment schwer dekadent, aber wir können das noch korrigieren, aber nur mit einer neuen Volkspartei und, äh, den Next Scientist for Future. Und wir denken auch, dass, wenn es dann darum gilt, wirklich die Volkspartei für die Bundestagswahl endgültig zu schmieden, und, äh, dass dann hoffentlich auch die kleinen Unstimmigkeiten, die zwischen den verschiedenen Varianten herrschen, äh, vielleicht dann auch wirklich, äh, begraben werden und man sich alle zusammentut und alle zusammen den entsprechenden Vorstände bildet und dann alle an einem Strang ziehen. Ohne das wird's nicht gehen. Mit Spaltpilz und Spalteritis wird's nicht funktionieren, ne. Ja, unsere 56 Prozent können wir nur auf eine geeinte Partei letztendlich effizient übertragen, ja, wenn man das da will. Also, also dann unser Einwanderungsasylgesetz. Sie wissen die Grundpfeiler ja schon längst, nämlich Asylanlagen. Deutschland macht den Vorreiter in der Welt beim Asyl. Eine Asylanlage mit 100 Plätzen in der Nachbarschaft jedes Krisengebietes. So, und wenn dann die anderen großen Staaten der Erde auch 100 Plätze geschaffen haben, dann macht, Deutschland nimmt, äh, vergrößert das Lager auf 200. Ja, und in diesen Lagern gibt es eine ganz kleine Einwanderungsabteilung, äh, sodass man also in diesen Lagern kann man also Einwanderungen nach Deutschland antragen, natürlich auch vielleicht in den Botschaften, wo man dann über Videokonferenzen entweder, wenn man dann einen Job kriegt bei einem deutschen Betrieb und wirklich ein hochqualifizierter, hochgebildeter Mensch ist oder gar Investitionskapital mitbringt und Arbeitsplätze schaffen könnte in Deutschland, dann darf man in Deutschland auch einwandern sozusagen, ja. Und, äh, aber nur, wenn man sich daran hält, also Kinder dürfen nur mit Menschen ohne Migrationshintergrund gezeugt werden, sonst muss man laut Einwanderungsvertrag das Land sofort verlassen. Und dadurch entstehen keine neuen, äh, keine neuen, äh, Parallelgesellschaften, auch ja, weil ja, äh, äh, man von den Asylanlagen niemals nach Deutschland kommt, denn in den Asylanlagen ist ja, kann man viel mehr Menschen helfen mit viel weniger Geld, als wenn man sie nach Deutschland bringt, ja, ja, also deswegen bleiben alle Asylbewerber für Deutschland und Europa immer in diesen Asylanlagen und gehen davon wieder zurück in ihr Heimatland, ne, wenn der Asylgrund, wenn die Verfahren feststellen, dass der Asylgrund nicht mehr gegeben ist, ja, sodass also dieses Rezept Weg nach Deutschland durch Asyl, äh, wird durch die Asylanlagen beendet. Und wir haben, äh, haben dann ein Einwanderungsgesetz und wir suchen uns aus, wer zu uns kommen darf. Und die existierenden Parallelgesellschaften mit den 500 Milliarden jährlich können wir denen ihre Staatsbürgerschaft abkaufen, alles ist nur eine Frage des Preises und dann verlassen die Deutschland wieder und dann ist Deutschland am Ende frei von, äh, äh, von, äh, von, äh, Parallelgesellschaften. Äh, äh, und, äh, wir, wir freuen uns über jede schwarzafrikanische, äh, Ärztin, die dann hier mit einem Mann, Männern ohne, äh, Männern ohne Migrationshintergrund, viele Kinder in die Welt satzt, toll, das verbessert unseren Genpool. Also Sie sehen, man kann auch vernünftig mit Einwanderung und Asyl umgehen, ohne gleich so einen braunen Nebel, äh, zu verbreiten, wie, das können wir auch als Linke vernünftig, bodenständig umgehen mit, äh, mit, äh, mit Asyl und Einwanderung, ohne dass dann gleich irgendwie so ein brauner, äh, braune Konnotationen mitschwingen, wie, äh, ja, äh, bei einer Partei, die Sie ja wohl kennen, ne? Also wir lehnen alles Nationalistische, alles Völkische, alle Deutschtümelein, alle, äh, ja, die deutsche Kultur über alles. Wir sagen, diese deutsche Kultur hat uns Hitler gebracht, wir wollen sie verbessern, nicht behalten, ja. Und diese ganze Rückwärtsgewandtheit und diese ganze braune, diese braunen Hauch, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Deswegen null Gespräche mit Werteunion, null Gespräche mit AfD, das ist unsere ganz klare Empfehlung. Null Kontakt, das sind, äh, das sind völlig, äh, ja, realitätsferne, unrealistische Leute, ne? Ja, Beendigung aller Parallelgesellschaften. Ja, das habe ich ja damit schon gesagt, ja. Zum Beispiel, aber auch der, wir beenden nicht nur die Parallelgesellschaften der Migranten und kaufen denen die Staatsbürgerschaften wieder ab, also die Parallelgesellschaften der Clans oder Migranten, sondern wir beenden auch die riesige Parallelgesellschaft der Abgehängten und der, äh, ja, auch der verschiedenen Nationalitäten und Kulturen, sozusagen. Ja, und wie gesagt, einen schönen Gruß an Eva Rusen. Ich denke, am Ende sollten sich alle wieder zusammenraufen, ne? Ja, äh, ja, und dann erweitern wir das Prinzip der linken, teilweise linksextremen, Emanzipationsbewegung der Frauen. Wie hieß es da bei den, bei der linken Emanzipationsbewegung der Frauen? Mein Bauch gehört mir, also das ist das ganz Klare. Wir sehen das auch in der Natur. Ich würde sagen, es ist ein Naturrecht, dass der Bauch den Frauen gehört und damit auch das Kind. Wir gehen nur einen minimalen Schritt weiter, weil es in der Natur gilt nämlich der Satz, das Naturrecht heißt nämlich, mein Bauch und meine Neugeborenen gehören mir und zwar ganz alleine. Ja, wir erweitern also den Spruch der linken Emanzipationsbewegung der Frauen und sagen, wir zwingen Frauen nicht mehr zur Selbstvergiftung durch Verhütungsmittel, wir zwingen Frauen auch nicht mehr zu lebensgefährlichen Abtreibungen und wir zwingen Frauen auch nicht mehr zu allen möglichen anderen Dingen. Wir sagen, das Neugeborene gehört den Frauen und wenn die Frau sich entscheidet, dann können wir medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Vielleicht wird irgendwann ein warmes Massageöl entwickelt, mit dem die Neugeborenen in einen glückseligen Rauschzustand verwandelt werden und gar nicht merken, dass ihr Leben endet, weil sie glückselig sind bis zur letzten Sekunde. Und das ist Naturrecht. In der Natur machen das, alle Frauen der Natur machen das so. Ich habe ja geschildert, dass sogar die Säugetiere, die ja mit uns eng verwandt sind, wie die Schweine zum Beispiel, wenn irgendwas nicht passt, werden die Neugeborenen einfach energiesparend aufgefressen. So weit wollen wir sicherlich nicht gehen, obwohl wir über eins nachdenken müssen. Wenn wir Cradle to Cradle, also von der Wiege zur Wiege, wenn wir wirklich richtigen Recyclingprozesse machen wollen und wirklichen Umweltschutz praktizieren wollen, dann ist nämlich die Frage, warum verbuddeln wir unsere Toten zwei Meter unter der Erde, wo sie gar nicht die Böden wieder wertvoll machen können. Sie können die Böden doch gar nicht befruchten. Wir müssen wirklich mal offen darüber nachdenken, ob wir nicht unsere Körper einfach wieder auch dem natürlichen Ressourcenkreislauf zur Verfügung stellen können. Wenn ich mir vorstelle, dass acht Milliarden Menschen und alle Rohstoffe, die in diesen acht Milliarden Menschen sind, alle zwei Meter unter die Erde gebuddelt werden und der Landwirtschaft nicht mehr zur Verfügung stehen, dann müssen doch die Pflanzen immer minderwertiger werden. Stellen Sie sich vor, wir verbuddeln immer noch die nächsten Jahrzehnte dann 30, 50 Milliarden Menschen in der Erde und entziehen sozusagen unseren landwirtschaftlichen Flächen, unseren für Permakultur geeigneten Flächen ständig Rohstoffe, wertvolle Rohstoffe. Das kann doch nicht gut gehen. Da muss doch die Nahrung immer minderwertiger werden. Wir müssen doch Kreisläufe der Rohstoffe machen. Also bitte darüber nachdenken. Wir müssen ja nicht dahin übergehen, dass wir wie die Schweine dann irgendwie Menschen essen oder Kannibalismus betreiben. Das ist vielleicht ein bisschen viel Recycling. Nein, wir können doch nur eben Wege finden, wie wir sozusagen unsere Böden aufwerten. In der Natur stirbt jemand, ein Tier oder so, und das befruchtet dann die Böden und die ganze Bodenflora und so weiter. Also wir erweitern den Spruch der linken Emanzipationsbewegung der Frauen, mein Bauch, mein Neugeborenes gehört mir und machen jetzt nicht den Fehler, Qual zu verlängern, denn wenn wir jetzt sagen, alle armen Frauen der Welt, wir ernähren eure Neugeborenen, dann werden die sich nicht gegen die Neugeborenen entscheiden, sondern werden sagen, ja, wenn ihr so schön blöd seid, dass ihr mein Neugeborenes ernähren wollt, und dann, was passiert mit dem Neugeborenen? Es wird wahrscheinlich auch wieder an Hunger leiden, und dann sagen wir diesem Mädchen dann auch wieder, ja, wenn du ein Kind bekommst, das werden wir auch wieder füttern, also wir müssen ganz klar signalisieren, überall auf der Welt gibt es keinen Gramm Nahrung für Neugeborene, sodass dann alle Frauen auf der Welt sich entscheiden, ach so, ich sehe, ich kann mein Neugeborenes nicht ernähren, ich habe selber praktisch nichts zu essen, werde von der Hilfe für Hungernde betreut und kriege Nahrung, aber die signalisieren mir ganz klar, dass sie kein Gramm Nahrung zusätzlich mehr geben werden für Neugeborene, also werden sich all diese Frauen auf der Welt gegen das Neugeborene entscheiden, und dann sozusagen wird endlich dieser Teufelskreis, hungernde Mutter bekommt hungerndes Kind, hungerndes Kind bekommt hungernde Kinder, dieses ewige Leid, diese ständige Kette des unendlichen Leides, an dem die einzigen, die verdienen, sind die NGOs oder Firmen, die also in der Armenhilfe tätig sind, Spenden sammeln, von den Spenden leben, an den Spenden verdienen, entsprechende vorteilbringende Irrtümer haben und deswegen diese Ketten immer wieder aufrechterhalten. Nein, wir müssen es wie die Natur machen. Wir müssen realistisch bodenständig links sein, diese Leute nicht quälen und foltern, sondern einfach jemand, der sich selbst nicht ernähren kann, kaum ernähren kann, null Hilfe für Neugeborene. Entweder eine Mutter kann selbst das Geld für ihr Kind erarbeiten oder sie entscheidet sich halt gegen ihre Neugeborenen. So ist der Naturzustand. Und alles andere heißt, Leid auf ewig zu verlängern. Und wir wollen soziale Politik. In jeder Natur, bei keinem Tier, dürfen die Kinder von sozusagen von den, ja, wenn jetzt zum Beispiel in einer Affengruppe, wenn da irgendwie jetzt irgendwie jemand wirklich irgendwie, ja, zufällig genetisch so einfach nicht leistungsfähig wäre. Ich glaube, dass so jemand einfach dann in der Gruppe keine Kinder kriegt und dass die Mehrzahl aller Kinder immer von den leistungsfähigsten männlichen und weiblichen Tieren ist, sodass immer eine Evolution in Richtung größere Leistungsfähigkeit gegeben ist, weil sonst diese Art sehr schnell aussterben würde, weil alle anderen Tiere ja auch immer nur sozusagen, nur Kinder haben von den leistungsfähigsten. Und man stirbt aus wie das Römische Reich, wenn man so dekadent ist, dass man den Vorteil bringenden Irrtum glaubt, dass alle Neugeborenen wertvoll seien und Gold wert sein und alle Genies sein. Wenn man solch einen anti-naturwissenschaftlichen Irrtum glaubt, dann ist das Dekadenz und deswegen brauchen wir ja die Reformen der Next Scientist for Future. Also, der neue Emanzipationsspruch heißt Mein Bauch und meine Neugeborenen gehören mir. Dann nochmal kurz, ja, die öffentlich-rechtlichen Medien müssen natürlich werbefrei sein und dann gleich besetzt, sodass sie immer beide Seiten hören. Die Corona-Nachdenklichen hören und die Corona-Verfechter hören. Null Unterstützung für Neugeborene, das habe ich eben gesagt. Ja, Wirtschaft und Restgesellschaft werden zu Dienern der Bürgerinnen. Also, das müssen wir uns nochmal klar sein. Die Wirtschaft, Beispiel war ja die Nahrungsindustrie, die also Profite auf Kosten der Gesundheit der Gesellschaft machen muss, weil sie sonst den Wettbewerb nicht überleben kann. Wir setzen also mit den positiven Anreizen einen völlig neuen Rahmen der Wirtschaft, also völlig neue Anreizsituationen mit den neuen positiven Anreizen und dann überlebt nur noch die Wirtschaft, die ein Diener der Gesundheit, der Langlebigkeit und des Lebensglückes der Bürger ist. Ja, und dadurch wird die Wirtschaft unser Diener und unser Freund. Ja, das Finanzamt und andere Behörden, ja, die Vereinfachung von Steuerregelungen und so weiter, das ist das Einzige, was durch positive Anreize in Zukunft im Finanzamt nur noch zu Karrieren führt. Am Ende haben wir nur noch winzige Finanzämter, die völlig ausreichen, um alles zu tätigen. Dann, und die Mitarbeiter haben wir als wertvolle Mitarbeiter entsandt in die Wirtschaft, wo sie wieder Arbeitsplätze schaffen. Und wir sozusagen dann immer, also irgendwann dann wirklich vielleicht Arbeitskräftemangel haben. Und dann können wir ja wieder ein paar mehr Kinder bekommen. Aber ja, wir sollten schon, also das, wir sollten schon beachten, dass es nicht zu beengt wird. Dann müssen wir halt mit der begrenzten Zahl der Mitarbeiter leben. Das ist dann besser. Ja, das Gesundschrumpfen. Also alle Behörden werden gesund geschrumpft durch neue positive Anreize. Also quasi deren Vorteilbringende Irrtümer, weswegen mit der Hilfe derer sie sich unbewusst, nicht bewusst immer weiter aufgebläht haben, das beenden wir durch positive Anreize. Dann werden diese Vorteilbringenden Irrtümer ruckzuck verschwinden. Besonders wenn wir sie daraufhin ansprechen und ihnen klar machen, dass es sich dabei um Irrtümer handelt. Ja, und dann Gewerkschaften, Mindestlohn werden natürlich total abgeschafft, weil es sich um unsoziale Ausgrenzungen handelt, die dazu führen, dass ein Heer, also eine Parallelgesellschaft der Massenarbeitslosigkeit entsteht. Denn jeder, der von der Leistung her dem Arbeitgeber nicht in der Lage ist, das Mindestlohnniveau oder Tariflohnniveau zu erhalten, der wird ja vom Arbeitgeber gar nicht erst angestellt und wird der Dauerarbeitslosigkeit und der Verwahrlosung überlassen. Das ist unsozial. Also Gewerkschaften im heutigen Zustand sind unsozial. Das ist keine linke Geschichte. Das ist höchst unsozial. Gewerkschaften, Tariflöhne und Mindestlöhne müssen sofort abgeschafft werden. Stattdessen garantieren wir das Mindesteinkommen. Mindesteinkommen statt Tariflohn und statt Mindestlohn. Ja, die vorteilbringenden Irrtümer, die lauten ja letztendlich sozusagen, ja, die vorteilbringenden Irrtümer, das habe ich ja gestern ausführlich gesagt, laufen ja letztendlich darauf, dass die Sozialsparten, Arbeitsamt bis Asylsparten und Migrationssparten und so weiter, also alle Sozialsparten, dass die grundsätzlich aufgrund ihrer vorteilbringenden Irrtümer viel zu wenig helfen und viel zu viel verwöhnen. Und mit diesen beiden Backen einer Zange halten sie die die verwahrlosten Menschen in der Verwahrlosung fest und machen gute Karriere. So nach dem Motto, ach, da ist ja so ein Riesenparallelgesellschaft der der Verwahrlosten, wir werden gebraucht. In Wirklichkeit halten sie sie selber fest. Und was gibt es noch als Verwöhnungsaspekte? Die Erlaubnis, dass in Deutschland gebettelt werden darf, in einem der reichsten Länder der Erde darf gebettelt werden, im Müll, zukünftig vielleicht auch noch im Müll gewohnt werden und so weiter. Nein, unsere Variante der Gemeinwohlökonomie, die viel ältere der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsformen sozusagen. Und unsere Variante, also die NEES, also Next Scientists for Future Gemeinwohlvariante, die lässt das nicht zu, dass eine so unsoziale Geschichten laufen, die allerdings nicht bewusst laufen. Da läuft keine Verschwörung. Das sind vorteilbringende Irrtümer und deren Evolution. Ja, und jeden Winkel der Gesellschaft müssen wir durchleuchten und überall die vorteilbringenden Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Ja, also, mit dieser neuen Partei, der Volkspartei der Mitte Links, machen wir also, wollen wir eine echte, echt soziale Politik machen. Nicht Pseudo-soziale Politik, denn Mindestlohn, Tariflöhne und Gewerkschaften sind Pseudo-sozial. Ja, und sind unsozial hoch 10. Ja, und dann eben die Sparte der Rechtsanwälte, die wollen wir ja mit der neuen Rechtsschutzversicherung auch mit neuen Anreizen versehen, sodass die nicht Geld aus uns rausleiern, indem sie zum Beispiel Scheidungen streitig gestalten, sondern indem sie uns vor allen juristischen Queregeln schützen, indem sie alle Streitigkeiten schlichten, alle Verträge präventiv überprüfen, sodass wir gar nicht erst in irgendwelche Fallen reinschlittern, sozusagen. Bevor wir Verträge unterschreiben, prüft sie unser Hausanwalt und dann, und der kriegt am meisten Verdienst Zuschüsse, wenn gar keine Streitigkeiten entstehen, sondern alle zufrieden sind. Also Echtsoziale und Echtlinks, das ist nur möglich mit den NEES, also den Next Scientists for Future, mit ihrer bodenständigen, vernünftigen, realistischen, naturwissenschaftlichen, evolutionsbiologischen, linken, Politikvorstellung. Also Echtsozial, Echtlinks versus Pseudosozial, da so, damit treten wir an. Ja, und Abtreibung ist eben, die Erlaubnis für Abtreibung ist ein linkes Projekt. Wenn Sie die Rechtsradikalen anschauen, die wollen Abtreibung verbieten und die haben natürlich dann auch was gegen unseren Kernsatz der Linken sozusagen. Mein Bauch und meine Neugeborenen gehören ganz allein mir. Ja, dann, damit die Volkspartei groß ist, müssen die Promis, die hoffentlich alle sich um die Volkspartei sammeln, also Bhakti, Wodak, Schiffmann, Stefan Homberg oder Homburg, Stefan Hockertz und wie sie alle heißen, alle Prominents und alle Prominenten Sender des Internetfernseins, alles was im Internetfernsehen sozusagen sich bewegt, die müssen dann solche Promis gewinnen wie Nena, denn ich vermute, die hat sich auch so ein bisschen Corona nachdenklich geäußert. Also wir brauchen alle Prominenz der Welt, ja nur leider auf so Leute wie Attila Hildmann oder Xavier Naidoo müssen wir möglicherweise verzichten, weil die sich eher sozusagen in den Richtungen eines braunen Verschwörungssumpfes eher so gedanklich bewegt haben. Es sei denn, sie machen sich davon endgültig frei und lernen von den Next Scientists for Future, wie echt soziale und echt linke Politik geht und verabschieden sich von dieser zumindest unterstellten Rechtslastigkeit. Ja, ja, also, ja und diese Partei braucht dann eben als Spitzenkandidat möglichst natürlich auch irgendeinen Promi, aus dem Bereich der Internetpromis und der sonstigen Promis, ja und die Körperfeindlichkeit bei Promis, ja das ist klar, ja diese Seite können wir vielleicht mal wegwerfen, die ist ist für die nächste Programmkonferenz nicht so wichtig, ja und dann noch mal ganz klar die Aussage, ja Tauschhandel abschaffen oder die NEES Reformen, also ich, die Abkürzung NEES, also Next Scientists for Future abgekürzt, NEES, ja, also es ist einfach kürzer beim Schreiben, NEES, N-E großes S, ne, das sind die Next Scientists, ja, ähm, und ja Tauschhandel abschaffen, das hat halt riesige Probleme, wenn ich den Tauschhandel abschaffe, äh, dann weiß ich nicht, ob wir noch verteidigungsfähig bleiben, ja es ist ja ganz klar, dass wir reine Defensivrüstung wollen und unsere eigene Angriffsfähigkeit äh, äh, abschneiden wollen, damit wir, äh, sozusagen in eine weltweite Totalabrüstungsspirale eintreten können, sozusagen und im Weltfrieden ganz schnell immer näher kommen, aber, wie gesagt, solange es noch kapitalistische, angriffslustige Staaten gibt, äh, müssen wir Defensiv absolut Hightech-mäßig an der Weltspitze bleiben, und wenn aber jetzt wir den Tauschhandel und den Markt abschaffen würden, dann würde jede Gruppe, was weiß ich, von 120 Individuen, wäre nicht mehr in der Lage, Hightech-mäßig wahrscheinlich mitzuhalten und, äh, äh, es würde wahrscheinlich, äh, Deutschland würde, ja, man, oder, oder einzelne Gruppen würden halt alle in der Rüstungs-, in der Forschung, in der Defensiv- Rüstungsforschung äh, arbeiten müssen, ja, ich weiß nicht, also, auf jeden Fall, behalten wir das im Hinterkopf, unsere komplizierten Reformen sind die einzige Alternative, es sei denn, man würde die Erfindung von Tauschhandel und Markt einfach wieder rückgängig machen, weil dann brauchen wir keine positiven Anreize zu setzen, müssen uns auch nicht mehr über vorteilbringende Irrtümergedanken machen, denn das stirbt alles aus, denn es ist einfach so, dass Tauschhandel generell und Markt generell im Gepäck Fehlanreize bringen und damit automatisch vorteilbringende Irrtümer evoluiert werden, die unser aller Leben zerstören, Kriege produzieren, uns krank machen und so weiter, ja, 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 und wir dürfen auch keine zu harten Angriffe auf unsere, wir müssen uns klar sein, unser Koalitionspartner muss die CDU sein, wir sind quasi der der Neue etwa links von der CDU stehende neue Koalitionspartner, so müssen wir uns verstehen, wir ersetzen die Grünen, die SPD und die FDP, Punkt, ja, und wir dürfen uns mit der CDU, wir dürfen diese Leute nicht angreifen, das sind unsere zukünftigen Koalitionspartner, mit denen müssen wir irgendwann freundlich am Tisch sitzen können und wenn wir die angreifen, dann werden die uns aussondern und werden sagen, kommt als Koalitionspartner nicht in Frage, wenn wir die jetzt angreifen und ja, wir können ganz klar sagen, dass die CDU sich irrt bei Corona, weil sie sich irrt, sie lässt sich gerade von McDonald's beraten, also McDonald's wird immer sagen, dass ihre Hamburger immer gesund sind und so weiter und genauso wird auch McDonald's Medizinindustrie immer sagen, dass Viren Killer sind und dass deswegen die ganze Gesellschaft doch bitteschön diesem McDonald's Gesundheitswesen bitte Geld geben möge, so arbeiten alle Sparten der Gesellschaft und zwar nicht bewusst, das ist keine Schuldhaftigkeit, das sind keine Verschwörungen, sondern diese vorteilbringenden Irrtümer, nämlich das wirklich die Viren, die wirklichste Todesursache, gerade hat jemand beim Corona gesagt, jedes Jahr sterben in Deutschland 950.000 Menschen und wir kümmern uns und was ist denn bitteschön, wir kümmern uns um 10.000 bei Corona, was ist denn bitteschön mit den jährlichen 940.000 und den Todesursachen, an denen diese sterben, davon ist ja auch nur ein kleiner Teil, der wirklich an Altersschwäche sterbt, sondern die sterben an Krebs und das ist bedingt durch Gifte und Ernährung und so weiter und wir die anderen sterben an dem und dem Herzinfarkt, Fehlernährung und so weiter und da tut niemand was, ja weil das für die McDonalds, für McDonalds Gesundheitswesen kein Geld bringt, ja und die CDU hat halt den Irrtum gemacht, dass sie sich vom McDonalds Gesundheitswesen beraten hat und gedacht hat, das wären Experten, nein das sind keine Experten, das sind McDonalds Verkäufer und ich lasse mich doch vom McDonalds Verkäufer nicht beraten, wenn es ums Thema gesunde Ernährung geht, aber warum lasse ich mich von McDonalds Gesundheitswesen beraten, obwohl es auch nur ein McDonalds ist, gucken Sie sich doch das Gesundheitswesen an, das ist doch nur ein McDonalds, es spielt doch keine Rolle, dass es ein paar Amtsernste gibt, die beim Staat angestellt sind, trotzdem ist die Struktur McDonalds, naja gut, aber mehr Kritik dürfen wir nicht machen, denn die CDU brauchen wir als Koalitionspartner, wir können ja sagen, ihr habt euch da ein bisschen geirrt, ne, ja und dann, dann wird da gesprochen von intensiv pflichtigen Patienten, ja, wer sagt denn das, sagt das McDonalds oder sagt das ein Externer beim Gesundheitsamt angestellter neutraler Biologe, der vereidigt ist darauf, dass er den Ärzten auf die Finger schauen muss, den McDonalds Leuten auf den Finger schauen muss, nee, das sagt McDonalds selber, also McDonalds Gesundheit definiert selber, was sie für intensivpflichtig halten und ist auch klar, dass die das Geschäft mitnehmen, also aufgrund ihrer vorteilbringenden Irrtümer, ja, da gehört, also aufgrund der vorteilbringenden Irrtümer, das McDonalds Medizin, gehört ja jeder in ein Intensivbett, ne, und dann sind die natürlich ruckzuck voll, ne, und wenn man dann noch den vorteilbringenden Irrtümern folgt in diesem McDonalds Medizin oder Gesundheit in diesem McDonalds Gesundheitswesen und quasi positiv getestete Pflegepersonal einfach nach Hause schickt in Corona, in Quarantäne, dann hat man natürlich kein Personal mehr für die Pflegebetten und so schafft man, entsteht dann aufgrund dieser Irrtümer, dieser vorteilbringenden Irrtümer, ein künstlicher Notstand, ja, und das können wir jetzt kurzfristig nur korrigieren durch neutrale Biologen, die den McDonalds-Leuten auf die Finger schauen, ne, und sagen, ne, der gehört noch nicht in ein Intensivbett, Leichtfertigkeit, ja, die Leichtfertigkeit, die aufgrund der vorteilbringenden Irrtümer resultiert, die wird ja letztendlich verschwiegen, diese Seite können wir jetzt auch schon wegwerfen, ne, ja, also noch einmal, die Regierung begründet ihr eigenes Lockdown-Verhalten mit dem, was McDonalds tut, zum Beispiel bei der Bettenbelegung, ja, aber ich darf doch, wenn ich wirklich ein echtes Gesundheitswesen haben wollte und kein Krankheitsförderungswesen und Krankheitsgeschäfte, kranke Geschäftewesen haben will, dann darf ich, muss ich doch dem McDonalds die Oberhochheit entziehen oder muss positive Anreize setzen und darf zum Beispiel die Bettenbelegung doch auf keinen Fall von McDonalds durchführen lassen, Schluck Wasser. Ja, wir werden halt auch von der McDonalds Gesundheitswesen Sparte regiert, wir werden von der McDonalds Sozialsparten regiert, das sind alles McDonalds, ja, und welcher vernünftige Mensch lässt sich wegen gesunder Ernährung von McDonalds beraten und welcher gesunde Politiker sollte sich von den Sozialsparten diesen McDonalds, von den Gesundheitssparten diesen McDonalds, wer sollte sich von all diesen McDonalds beraten lassen, man sollte sich von all diesen McDonalds nicht beraten lassen, sondern ihnen neue positive Anreize setzen, damit sie aufhören, sozusagen gegen die Gesellschaft zu wirken, darum geht's, ja, also, deswegen gibt's den Weltrat und die NEES, die Next Scientists for Future, weil die die echten Experten sind, weil die nämlich völlig finanzinteressenslos sind und dafür ist ja der Weltrat die Next Scientist, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, dass dieser Weltrat und diese NEES, die Next Scientist for Future, dieser Arbeitskreis des Weltrates, sich niemals wird durch irgendetwas korrumpieren lassen, ja, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, ja, und dann Verschwörungstheorien, ja, ja, wer Irrende als Verbrecher bezeichnet, ja, das ist das Problem, ja, überall immer wieder sozusagen Verschwörungstheorien, ne, wer Irrende als Verbrecher bezeichnet, und ich glaube, Daniel Ganser macht sowas immer wieder, ja, der braucht sich doch nicht bewundern, dass er als Verschwörungstheoretiker bezeichnet wird, ja, warum spricht er nicht davon, dass da vorteilbringende Irrtümer am Wirken sind, sondern stellt die Leute als Verbrecher hin, ja, wenn ich andere Menschen als Verbrecher hinstelle, bin, trage ich immer auch die Verantwortung für den Lünschmord, der vielleicht daraus resultiert, das hetzt ja indirekt zur Gewalt gegen die Irrenden auf, ja, und gegen die sich Irrenden auf, ja, und also deswegen nochmal, hört auf, damit immer alle anderen Menschen als Verbrecher hinzustellen, das hetzt manche verwirrte Geister zur Gewalt gegen diese Leute auf, und in Wirklichkeit sind das wahrscheinlich, die meisten sind sich irrende Menschen, die vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben, und nur ganz wenige werden wirklich kriminelle Pläne haben, ne, und wie entscheidet jetzt Daniele Ganser, wer sich nur irrt, und wer kriminelle Pläne hat, ne, er unterstellt einfach allen, dass sie kriminell seien, und das geht nicht, und deswegen hat Daniele Ganser selbst es verdient, dass er als Verschwörungstheoretiker abgelehnt wird, ne, so geht's nicht, ne, wir dürfen gerne über vorteilbringende Irrtümer und das Aussterben lassen derselben durch positive Anreize sprechen, aber jede Unterstellung, dass ein anderer ein Verbrecher sei, ist bitte schön zu unterlassen, Punkt. McDonald's selber entscheidet über die Belegung der Betten, also hier noch einmal, ja, ja, wir verlieren, achso, das habe ich schon gesagt, mit den Auswanderern, ja, so, das muss ich alles aufheben, ja, die Abschaffung von Geld und Markt und Tauschhandel ist vielleicht, wäre jetzt vielleicht ein bisschen früh, die kann ja auch noch später kommen, aber wie gesagt, Sie dürfen ja gern diskutieren, ob es besser ist, vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen und durch positive Anreize und solche komplizierten Reformen zu machen, wie sie die NEES, die Next Scientist for Future, der neuen Volkspartei dringend anraten oder wir entscheiden uns alle, Geld, Markt und Tauschhandel jetzt schon abzuschaffen. Bleiben wir dann noch, bleibt Deutschland dann noch verteidigungsfähig? Können wir das auch trotzdem hinkriegen? Müssen wir mal schauen, ja, also ob wir trotzdem noch sozusagen ein Miniaturraketen- Abwehrriegel rund um Deutschland ziehen können, wo niemand durchkommt, keine Atomrakete durchkommt, nichts durchkommt, keine Neutronenbombe durchkommt, nichts? Das müssen wir überlegen, ja, also gerne nehmen wir die Diskussion auf Abschaffung Markt, Tauschhandel und Geld jetzt schon oder zu früh? Ja, wir müssen auf jeden Fall noch verteidigungsfähig sein. Sarah Wagenknecht, ja, sie, komischerweise, sie gehört doch zur Partei der Linken, wo ist denn bitte die klassische linkspolitische Kritik an der Pharma-Mafia, an der Medizin-Mafia und ihren unsauberen Geschäften, wo ist die denn hinweg? Ist verschwunden, ne? Wir sind die einzigen Linken, die noch übrig geblieben sind, sogar die Partei der Linken ist nicht mehr links, ne? Wo ist die Kritik an der kapitalistischen Pharma-Impf-Test- und Medizin-Mafia? Ja, wo ist die bitte schön hin? Ist weg, ne? Ja, Wolfgang Wodag wird beschimpft, obwohl er als linker SPDler noch einer der wenigen echten Linken ist, ne? Und die Sarah Wagenknecht entpuppt sich als nicht mehr Linke. Keinerlei Kritikfähigkeit gegenüber Pharma-Impf- Medizin- und Test-Mafia. Keine Null Kritik. Aber das ist ganz klar, die Pharma-Industrie ist einfach mächtig und die hat jetzt den ganzen Staat im Griff, sogar die Partei Die Linke. Und die sagt sogar sowas wie, die Sarah Wagenknecht, es sei vierfach gefährlicher als die Grippe. Ja, wo sind denn dann bitte schön in Weißrussland die Massentoten, wenn die das Virus völlig ignoriert haben, sich überhaupt nicht schützen, keinerlei Maßnahmen machen und in Schweden, wo sehr, sehr wenig sich schützen und so weiter und fast alle Maßnahmen in Wirklichkeit ignoriert werden oder alles mit ignoriert wird. Wo sind denn da bitte schön alle statistischen Untersuchungen zeigen, zeigen, dass es in Schweden Hinweise vielleicht für eine kräftige Grippe gibt und in Weißrussland haben wir noch nicht mal die Hinweise für eine kräftige Grippe, also für einen Kaliber kräftige Grippe von Corona. Also wo ist denn bitte schön, liebe Sarah Wagenknecht, wo sind denn die Beweise in Weißrussland die Massentoten, die ja eine vierfach gefährlicher als Grippe zur Folge haben müsste, wo sind die denn bitte schön? Ja, wo sind die bitte schön? Also sogar die Linken sind keine Linken mehr, also die letzten Linken in Deutschland, die echt sozialen Linken sind wir, die Next, die Next Scientists for Future vom Weltrat. Also alles andere sind keine Linken mehr. Ja, also und dann beim Corona Quartet wurde natürlich die Wahrheit mal wieder kurz angesprochen. Beim besten Sender des deutschsprachigen Graums Servus TV mit dem guten Moderator wieder, dem besten Moderator. Ja, im Winter ist intensivmedizinisch immer mehr los. Ist doch klar, dass jetzt auch mehr Intensivbetten belegt werden. Das ist in jedem Winter so. Was ist daran besondere Lage Corona? Ja, ja, gut, das war's dann jetzt wohl hier. So, ich vermute, das war's mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute schon wieder fast. Ja, also ich weise darauf hin, die gestrige Sendung wohl auch, bestimmt auch wieder zu finden in der Playlist von YouTube News und Talks für, also vier Worte, News und Talks für, da immer die Playlists suchen, die Playlist mit der höchsten Nummer und am Ende runter scrollen, zum Ende dieser Playlist, da finden Sie immer die allerneuesten Sendungen und da finden Sie auch die erste, zweite und dritte Verhandlungen mit dieser langsam entstehenden neuen Volkspartei der Mitte Links und über das Parteiprogramm, über ein zukünftiges, brillantes Parteiprogramm. Je mehr von uns da drin ist, desto mehr sind diese 56% möglich und je weniger von uns drin ist, desto weniger von unseren 56% werden realisiert werden können. Ja, das war es doch schon wieder mit dieser kurzen wissenschaftlichen Tagesschau heute. Meine Sonntags predige heute ein bisschen kürzer. Tschüssi, bis bald. Also, es gibt nur noch einen Weg, wie wir das Problem lösen. Bundestagswahl 20%, neue Volkspartei Mitte Links, neuer Koalitionspartner für die CDU und Verdrängung aller anderen Koalitionspartner. Tschüssi, bis bald.